Und wir sind jetzt gerade in der Rückseite, bevor ich die Faktor entdeckte. Paul hat auf eine kleine Tour gelegt. Es ist vorbei. Jeder hat sich verlassen. Es ist 5 Uhr. Darf ich reinkommen? Ja, komm rein. Und zwar sind hier die Produktionsstätten der Firma Sautor. Hier spürt man noch das Alter und auch wiederum die Materialien, das Holz zum Beispiel, was man ja auch in der Ausstellung und in den Bildern bei mir so erahnt. Und hier sind jetzt die Menschen nicht zu sehen, aber hier sind ja die Dinge, die mit der Natur zusammenhängen. Wir haben heute keine Arbeitnehmer, es sind seit 5 Uhr. Aber man kann die Liebe, die Arbeit und die Arbeit, die hier in die Produkte gehen. Und wie sie sind. Das ist aber gerade sehr intensiv. Dass man sich hier auch ein bisschen intensiver hineinversetzen kann. Oh, absolut. Ja. Man kann das Gefühl für die Magik dieses Platz. Einfach ein magischer Platz. Und im Grunde, Paul, du bist ein Arzt. Du bist ein Künstler hier in der Klavierfabrik und ein Künstler auch zu Hause in verschiedenen Ausdrucksweisen. Und das ist so auch eine Art Symbolik, gell? Absolut. Ja. The piano being not just a piano, a utilitarian thing. Nicht nur eine Nutzsache, sondern auch eine Kunstsache. Das Klavier als höchster Ausdruck der Kunst. Ja, so kann man das sehen. Und da kommt dann auch in dieser Symbolik, dass jetzt da nicht unbedingt der Mensch viel zu sehen ist, sondern dass er sich da sensitiv hineinversetzt. Das kommt jetzt ganz gut rüber. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. These are bridges, right, over there, Paul? Ja. Das ist hier die Abteilung, in dem die Manufaktur im Detail erarbeitet wird. Also hier werden die ganzen verschiedenen Teile aus dem Piano und aus dem Flügelbereich angefertigt. Hier sind die Materialien der Hölzer zu sehen und auch die Tonierbereiche. Hier ist jetzt ein exotisches Probenholz in Verarbeitung. Ja, das sind die Modelle, die die ganze Geschichte der Firma's Auto Piano Manufaktur auch symbolisch beinhalten. Die Geschichte wird da auch erzählt, gell? Ja. So, these are kind of templates, right, as a form for different models that we have. Ja, genau. Die nach laut archiviert werden, gell? Es werden auch die Modelle archiviert und auch durch die Historie der Klavierbaukunst auch erhalten. Dokumentiert. Ja, dokumentiert. Ja, vielleicht geben wir gerade so durch den Maschinensaal, weiß ich auch nicht mehr. Where do you work? If you can show us your workplace, that'd be great. Oh, we're gonna go? Okay. Also von dem Maschinensaal ein bisschen zurück. Auch die Seiten, da ist die Mentalabteilung der Seiten. Okay, here. Vielleicht auch mal einen Blick reinwerfen. Sure, yeah. Die hier auch von Hand auch angefertigt werden. So, everything is done by hand here, right, Paul? Everything is done by hand? Ja, man kann die Spiele da sehen. Oh, base strings, ja, sure. So, diese Kupferdrähte, das ist da alles eben auch Manufaktur. Yep, manufacturing in the real sense, Manu as in hand, right? Everything is hand done. It has a special, it feels almost like a church, special magic to me. You know, I've never been here when it was quite that quiet. Das hat eine meditative Stille. Ja, okay. Okay, so, here. So, here. Jetzt, dann weiter. Also, es ist alles Manufaktur-spezifische Stellen. Paul, what is the reason that these panels are covered up? Das ist einfach Schutzabdeckung und gleichzeitig ist das hier eine Abteilung und eben auch spezielle Designmodelle zusammengebaut werden. Das ist ein Megmal von Qualität, so eine Kleinigkeit, das ist ein superiorer Symbol der Qualität, diese kleine Details. Now Paul, am I wrong, this is gonna be a red piano? Ja, das ist ein rotes Piano. Oh, wow! Sonderwünsche werden da auch umgesetzt. Das ist noch im Anfangsstadium, ist rot farbtonen, rot poliert. So, this is red polish. Paul says that this was a special request, a special order by a customer who wanted a red piano. And it's in the beginning stages. Ja, hier sind die anderen Teile. Und hier sind die andere Teile. Und die anderen Teile. Das ist einfach so großartig, die Tools, die sie nutzen. Und das ist einfach so großartig. Und das ist einfach so großartig. Und da kommen wir schon ein bisschen auch in dem Bereich hinüber, in dem ich mich dann auseinandersetze und beschäftige, dass die fertiggestellten Pianos dann sorgfältig nochmals untersucht werden müssen, durchsucht werden müssen, dass die höchste Güte und die beste Güte rauskommt. Paul says that that's where here's area starts kind of, every instrument is inspected by him, all the polyester work, so the highest quality in terms of smoothness and integrity, surface integrity, oberflächenintegrität, eingehalten wird. Ja. And that's where, of course, your strength is there, right? You are an artist, you have that eye for detail, du hast das Auge zum Detail, du bist ein Künstler und du siehst diese Besonderheiten im Flügel. Ja, da haben wir schon einen Kernpunkt der Sache, warum ich da auch die Verbindungen habe. Ja, gehen wir von hier aus rüber, vielleicht in die drei, ja dann soweit die Pianos im Endstadium sich befinden, die, na klar, noch nicht ganz im Endstadium sind, es sind ja noch viele Arbeitsgänge wie Stimmen, Vorstimmen, intonieren. Okay, so there is here, coming towards the final stage of Pianos. Ja. Hier ist auch noch eine interessante Kabine, ist na klar, noch im Rotzustand, gell? Aber man sieht auch hier die Manufakturbereiche. So, so am I finished, but you can see the manufacturing process taking place, here hammers. Diese Hammer hier sind wahrscheinlich nicht ausgestoßen worden. Nein. Nein. Die sind nicht gut. So, these are hammers that they deemed not good enough to go into the Piano. You can see the center is black, which is traditionally the color that Sautry uses. And the hammers come from Abel, if I'm not mistaken, generally. But still, with the shipments of Abel, the factory still turns back every time hammers that they don't feel create the appropriate sound in here. And this is an Arbeitsplatz, and this is one workstation, of a specialist who spends his entire day with the Grand Piano and is responsible for it. Dann kommen wir hier auch in den anderen Pianobereich, das sind zwischen Archivierungsstädtionen. So here's stations where pianos get to rest a little bit, pause machen bis zum nächsten Betriebsgang for the next production step. Here tuning and voicing cabins that are employed by specialists again. It's of course impressive how clean and both the floor is as well as the air. I came here essentially unannounced to Paul and asked if he could do that. So this is how the factory looks every day. So this is the area that Paul is responsible for. And he checks the surface quality of the polyester, ensures that it's in perfect condition. Give us an example Paul, what are you looking for? Give me some examples, what are you looking for? First making sure it's completely clean. And it's a different work. Also from Reinigen her, I have to control the surface of the surface, so that you can't see it. So he's first looking for any irregularities, any scratches, micro scratches that the piano might have. And then it's his task to make sure that those are smoothened out and corrected. Yeah. There's different tools that he uses. There's different tools that he uses. Yeah, like swappling. The grobigkeit of the upper surface will then return to the high-glance. And you buff it out and... Yeah. And, of course, you can also polish it. Und dann auch diese Pianos hier. Und dann geht es als Kurzfassung, geht es wie hier jetzt, dann geht es in alle Welt hinaus. Und dann geht es zum Verpacken. Ja, heute ging noch eine Kiste raus nach Russland. Vielen Dank für die Tour. Wir haben es wirklich sehr geprägt. Danke für die gute Arbeit, die du für alle unsere Kunden in der Welt machst. Danke auch. Danke schön. Danke.